Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Draggable Fighter Set. Wir gehen weiter. Checkt gerne die Videobeschreibung aus, wenn ihr mich supporten wollt. Kommentiert, liked und abonniert. In der Videobeschreibung ist auch Twitch verlinkt. Und ja, wie gesagt, checkt da auch gerne vorbei, da bin ich des Öfteren live. Da gibt es auch andere Gameplays, wie zum Beispiel Shadow of Tomb Raider oder sowas. Deswegen schaut da gerne rein. So scheint es, aber der Junge ist nicht vollkommen allein. Nicht noch ein Kloon, oder? Ich habe langsam genug von dem, muss ich sagen. Sam Gohan gehört mir. Verschwindet ich das nicht zu, dass ihr ihn auch hier wegnehmt. Okay, jetzt hilft auch noch Cell. Ja, wir haben jetzt mal, ich habe das Teamamt geändert. Ich habe jetzt mal Vegeta mitgenommen. Der ist zwar Level 20, aber das sollte eigentlich doch relativ schnell wieder oben sein. Sollte... Ja, okay. Hallo. Hallo. Da verziert mich gerade. Ja, dann möchte ich mal zum Goku. Mit dem Goku-Klatche. und bevor es jetzt nach dem ersten kampfschuss stirbt das ist nicht so geil deswegen müssen wir gucken was wir machen irgendwie jawohl nein er hat abgewehrt wer der ist einfach nichts zu besuchen geht es wieder nötig war ich halt einmal gequatscht das war jetzt mal schön zwei stufen zugleich aufgestiegen ist und so ist das passiert kann ich glaube ich verstehe wenn das gut geht ich meine Freesound Cell können wir ihnen trauen scheinbar ist sein Zoon der Einzige mit etwas gesundem Menschen verstanden mein Vater hatte die Idee auch für mich nicht gerade ideal aber jetzt ist es für Zweifel etwas zu spät die Wahrheit ist Cell kann seine Macht auch nicht voll einsetzen wie sitzen alle im selben Bogen und ich sehe den Freesound dass er etwas Böses tut also keine Sorge ich denke schon du redest von dieser Verbindung richtig wenn du mit der Sache immer noch Probleme hast sie ist wohl so bald im selben Freesound im Auge während wir gegen die anderen Bösen Jungs kämpfen ok das ergibt irgendwie sich wenn es so sieht Schätze bin dabei ich glaube ich habe dich schon richtig verstanden ach was das immerhin stehst du mir nicht im Weg wie ein dummer Frau braunseliger Paul Pels Schönen 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 Was ist das? Oh, das ist doch cool, das. Ich weiß nicht was das jetzt war, aber es war cool. Jetzt klatschen wir mal wieder mit Goku. Ah, ist gedacht. Und... Zack. Ich habe ins Gesicht getreten. Hilfe für Vater erhöht Stufe 2. Es gab jetzt nicht so viele Punkte, aber was solls. Wir gehen weiter. Ja, das ist... Und relativ, wir gehen direkt hinten zum Bossfight. Könnten wir da gewinnen noch? Oh ne, ne. Auch wenn er echt cool aussieht mit der... Fuhr Saiyajin 3 der Go-Tanks. Aber... Ne, mit dem kann ich noch weniger kämpfen. Also mit dem komme ich überhaupt null klar. Ja... Ja, übertreib doch. Hä, was? Ich habe doch auch hinveraktiviert. Warum? Hallo? Oh ne, jetzt langt es mir noch mal. Oh ne, was? Ja, das ist ja genau mal... Ja... Ja, alter, lass mich halt da hinten raus, oder? was ist denn jetzt mit der 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 Jetzt, jetzt langt's mir aber. Oh ja, die Hand hinkriegt. Oh nice. Wir waren kurze Zeit Super Saiyajin 3. Ja, 3 müsste es gewesen sein. Doch, 3 ist es glaube ich. Ah. Oh. Oh nee, das war klar. Oh nee, das war's. Oh nee. Oh nee. auch wenn es da noch besser aussieht halt noch auf das war's für vegeta er ist am boden was warum ich habe keine helfer nein 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 Und jetzt? Oh Gott. Ich muss nicht freeze da. Und Ginyu. Oh shit. Die sind 3 und 3. Muss ich jetzt aber nur gegen Yamchu gewinnen? Oder komplett? Ich freue mich schon auf unsere Zusammenhalt. Wir tun so etwas. Ja, aber das beweist nur, wie viel Zeit wir im Sehensack verbringen. Das ist mir egal, dass eure Kippen eine große Freude an euch was hat erkannt ist. Käpt'n, sehr willkommen. Das Ginyu ist wieder vollständig. Gut, lass uns die Stimmung nutzen, um Lord Freesons das A-Sand-Trojekt zu verweisen. entschuldigung der feind nähert sich einfach nicht zu ich werde mich selbst darum kümmern müssen okay andere katzen auf einmal er kann aber trotzdem spannend wenn wenn das so abgeht wie gerade eben das war die ersten niederlage ich dachte ich müsste schon alle gegen alle drei kämpfen noch mal das wäre natürlich heftig gewesen aber ich weiß jetzt nicht mehr in der nächste karte wieder zur verfügung haben die jagd auf ohne beginn c21 wütet noch mehr klone jagen jetzt endlich c21 kaputt machen sie schlusserl schlusserl dass diese wirkliche einen flogen zu finden eine sphleischung die geschaffen sie schlusserl Aber wir konnten ja so viele in so kurzer Zeit besiegen. Ich würde gerne noch mehr Söglichkeiten herstellen, bevor sie alle Klone vernichten. C-21. Wo schnell kann es gehen? Ich würde aber gerne dann wieder meinen... Also wenn wir jetzt eine neue Karte haben, wenn ich gerne mein altes Team wieder. Super Saiyajin. Hey, Freezer. Wir haben uns schon diese dumme Klon-Jagd noch weitergegeben. Das Besegen von Klonen ist immer noch Teil unseres übergreifenden Plans. Und das hilft, auch bei den Erdlingen zu vermeiden. Aber das wird nie aufhören, wenn wir nicht die Quelle all dessen besiegen. Nur die Ruhe. Wenn wir weiter Klonen vernichten, wird sie irgendwann aufdacht. Woher weißt du das, C-21? C-21 absorbiert Energie, indem sie Menschen und Klonen in Süßigkeiten verwandeln und sie ist. Aber aufgrund ihrer Stärke können normale Krieger ihren Hunger nicht stillen. Du meinst, dass sie jetzt nur auf Personen große Stärke abgesehen hat. Ich will nur endlos Nachschub und Stärke geben. Und wir verhalten nicht mehr, dass sie Hilfe gebrauchen könnte, um ihren Klonen zu verbrücken. Wenn sie keinen Klonen mehr hat, wird sie andere Quellen suchen und zu uns kommen. Da bin ich sicher. Das sehe ich auch so. Der 21 ist sicher ungleich stärker als bei unserem ersten Besegen. Dass sie so schnell stark geworden ist, waren vermutlich Klonen im Spiel. Im Nachhinein schien sie doch mit ihrer Leistung unzufrieden zu sein. Es wird vielleicht etwas dauern, aber irgendwann wird sie zu uns kommen. Da bin ich mir ganz sicher. Ich frage mich, wie stark 21 geworden ist. Es sei was nett, sie ist sie nicht. Aber ich bin schon ganz aufgekratzt, wenn ich nur daran denke, gegen sie zu kämpfen. Diese Gelegenheit wirst du nie erinnern, die 21er, nur mir. Das ist unfair, der Gehter. Ein einzig Weg zu entscheiden, wer zuerst kämpft darf, ist Stein, Schere, Papier. Es ist noch als Schere, Stein, Papier? Egal. Keiner von euch erhält die Gelegenheit, denn CRM-20 wird nicht meine Hand fallen. Ich glaube, dass sie sich in diesen Zeiten wie Klonen streiten, mehr als erster kämpft werden, wenigstens auf eine gewisse Art beruhigen. In der Zwischenzeit müssen wir die restlichen Klone ausschalten. Okay, also gehen wir noch weiter Klone klopfen. Es ist nicht so toll. Oh, shit, ey. Drei Kämpfe müssen wir auf jeden Fall machen, aber ich würde gleich meinen... Oh, Gott sei Dank. Dann fangen wir diesmal mit Goku an. Mit Vegeta. So. Geht's, wir müssen schnell dahin. Na, paar. Gohan und Goku. Mit Gohan habe ich... Mit Goku habe ich vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung, dass es da... Aber geil, dass wir gerade eben den... äh... Super Saiyan schon gleich sehen haben. Das war... Das war irgendwie cool. Wir trauen halt... ...viele... ...so viel gleich raus. War zwar Zufall, dass es funktioniert hat, aber es hat funktioniert. Nur da, wie geht's. ... ... ... ... ... ... Was ist das? Das muss direkt einfach sein. Ja. Voll so. So meine ich das, wenn das so weiter geht. Boah, ich geh doch nach hinten. Oh, das hat niemals gefetzt. Oh Mann, wo ging das Kamehameha hin, Alter? Egal, umarmen nochmal. Die werden immer stärker, das ist... Also, ich hab gesagt, dich du offline üben, aber... Ach, Mann, das ist die Gegnerfähigkeit. Ich brauch die, die Gegner. 33, ey. So langsam wird es echt ein bisschen knapp. Weil ich weg jetzt hin. Ich geh doch gleich voll rein. Jawoll. 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 ja 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 super, dann hat er einfach mich getroffen ja, Mann ey, der lässt mich aber nicht raus, ne so, jetzt bin ich Roku wieder ich hab WG-Teil oh, Mann oh, Mann oh, Mann oh, nein, nein, nein oh, ich hab das nicht da war siebenundzwanzig stufe gesundheitsregenerationsstufe 4 läuft nicht so wie ich das will ich hab man, die sind auch 4 und 3 jawohl Ich weiß nicht, was das Schuma gewünscht hat. Huch, erster am Boden. Der Juga ist nächster. Das fetzt halt immer, ne? Ja, reichen wir her. Yes! Läuft, 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 gut. Das siehts gut aus. Das steht voll daneben. Yes, hoffen. Yes! Sehr schön. Voll. Sal hat da wieder gut Regeneration gekriegt. Nice, nice, nice. Jetzt sind die 35 geworden. Warum? Warum, ey? Die sind sechs Level höher als ich. Und das nur mit dem Goku. Ready? Go! Kanzler! Ja! Ja! Holy shit! Ja! Alter! Rassier gemacht. Ja, lass dich mal. Oh Mann! Das wird mir dann... Das wird mir das so ein unbüßter Kampf. Seh ich jetzt schon. Wie konnte der Final Flash ausweichen, ich checke es gerade überhaupt nicht mal. Ja, geht's. Oh! und final shot natürlich voll in die falsche Richtung yes, letztes, jetzt wir erdkomm ich wieder drinnen im game wir gucken wie lang ja ich mich verarschenlos mann fiss dich denn schon an nein ja ja gott sei dank das hat nebentauern yes der yangju ja oh gott leute ey das wird ja immer heftig ja die diskussion als regeneration erhöht hufe 2 ich glaub das hab ich schon oh man ey die sind ja mal voll fratze oh ah ich glaub jetzt kommen wir endlich zum endkampf dann da ja könnte vielleicht sein ja mehr 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 wieser mecke das das werdet ihr befreuen du wispere echt jetzt ich muss komplett mich da oben ich muss mich da komplett durch prügeln das hier noch aus bitte speziale super angriffskraft mit normaler angriffskraft ich meine das lassen wir mal gucken wie wir so damit fahren oh man ey das wird heftig also das wird richtig heftig jetzt wahrscheinlich wenn die genau so abgehen es sind locker 5-6 kämpfe hoff ich das fuß und sowas gut ist dann schon mal echt ein bisschen verloren u Halt es wird ww ow sechs in der im der wird ab Flor Heck cs Ich glaube Final Flash hat mich getroffen. Alright, check's nochmal. Wechseln, hol bis jetzt, läuft. Ach, ne, 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 ne. Ich meine, ich die gewisse soldaten. Und auf den Weg die està Mitarbeiter! Ich habe keine Art Sicherheit. Soll ich��, dass ich mich das auch immer animationieren sollte... More timealt. das glück werde ich brauchen auf jeden fall ich habe gar nichts gekauft, wenn er bei dem Wechsel hat es trotzdem ist erlieben ja, jetzt schon ein Schlag von oben ist mir egal mehr Freezer er ist daneben boah, das läuft grad richtig gut es läuft richtig gut los ich kann schon mal schwitzen an du was er hat mein mein Kameh blot oder wie geht hier los Vegeta yes das müsste jetzt eigentlich kalt sein ja, fast sehr schön hey oh Gott du kannst ihn nicht ausweichen dass wir da jetzt noch einen Kampf 44 scheiße 44 ist der Majin Bu die glauben echt, dass man dann besser wird nee ja direkt wieder Körperpfeffer sie auch nicht dann genau Yes, er stößt am Boden. So muss es laufen, so muss es laufen. Ich habe zwar ein bisschen Schaden genommen, aber das ist nicht so schlimm. Ja, genau, wenn ich das... Ist gut doch jetzt, Mensch. Ja. Ich habe ganz schön meinen Son Goku, Siegesgesundheits... Ah, auch schon. Die haben ganz schön meinen Goku Zug gesetzt. Das ist nicht so toll. Aber gut ist, dass Vegeta schon mal auf 30 aufgeholt hat. Das ist schon mal echt gut. Dann kriegt er eine ganz so arge eine auf die Fresse. Dann bleibt gleich wieder seine Rolle. Also, wie viel Schaden haben wir mir jetzt gerade gemacht. Hätte ich waren, das würde ich ja... Ja, Alter. Und die sind sechste. Hallo. Eigentlich können alle Tasten... Können wir mal rein ein bisschen... Ja, Alter. Oh, Diet. Das war's. Ich soll, ja, ei, alter, zumindestens krieg ich ihn schon mal weggeballert. Boah, Vegeta macht's glaub ich, Vegeta macht's vielleicht. Jetzt konzentrieren, jetzt konzentrieren, komm, ja, Vegeta, du geile Sau, ey, alter, schwöre, oh, und jetzt soll ich gegen Martin Buu, mhm, klar, ist denn jetzt so, dass der vier Stufen über mir ist, willst du mich verarschen, der ist zwölf Stufen über mir. Ich, ich muss so beginnen, ich, ich hab gar keine andere Möglichkeit. Oh, shit, ey, das geht jetzt richtig heftig ab, also, holy shit. Nein. Nein. Oh, man, ich hätt's sogar mit Goku geschafft. Oh, mit Cell. Ne, die ne Heilung kriegt. Das macht's aber... Das macht's aber... Cell. Ach, wir probieren's jetzt einfach. Mehr als auf die Gosche kriegen können wir net, von daher, alles easy. Sehr nett, haben wir halt noch Freezer, Kohan, haben wir noch ein paar übrig, wo wir dann erschrotten sind. Ah. Ja. Ich wusste doch, dass es Zeitverscheinung ist, gegen diese Kronen zu kämpfen. Ich kann keine Kronen in der Nähe spüren, das war wohl der letzte. Heißt das, C21. Jetzt. Wo? Werdet ihr denn niemals nervös, dass bei Ketik sind? Achtung. Im Zeigefinger einfach, pscht, weg. Ja, du hast ja ordentlich Zeit gewusst, ich hoffe, du bist bereit. Freezer, ich wollte es so, es war eine Frage der Zeit, um die Mutter zu hören. Ich werde bezahlen. Ich werde bezahlen. Ich werde bezahlen. Ich werde bezahlen. Das ist noch müder, als ich gedacht hätte. Vielleicht macht sie da hoch noch fertig. Ich bin interessiert, dass in welcher Stimmung sie ist, das Ende nichts sei, aber was wir sie vernichten werden. Ich helfe auch. Wir müssen sie ein für alle Mal aufhalten. Schön, dass du so begeistert bist, aber Kopfüber loszustürmen bringen uns nichts. Und schon, Piccolo, du musst mich auch bebergen. Ich sehe doch, dass du dich genauso freust wie mir. Natürlich. Genau das will ich hören. Und jetzt entscheiden wir, wer der erste sein darf. Und im Mund halten, weil wir jeden Einzelverhandel bestrafen. Na dir? Redest du mit mir? Ich glaube, dass du hier bestrafen wirst. Ja, so ist ja, Freezer-Sama. Schlagen wir zu. Oder unsere Stärke, ah, Lord Freezer-Stärke, wird dich in die Knie zwingen. Du hast mich ziemlich dumm da stehen lassen. Jetzt wird es Zeit nicht zu. Wir werden uns schiefen. Sieh nicht entspannt sein. Süßes, süßes, süßes. Alle zum Süßkein verwandeln. Wie ist es echt? Also die? Die hat ein Suchtproblem. Die müsste mal echt in der Therapie. Das ist eine großartige Kampf. 49. Holy shit. Und Sela ist nicht volles Leben. Goku ist nicht volles Leben. Wie geht halt volles Leben. Oh shit. Und wechsel doch. Yes. Oh shit. Oh shit. Auf. Oh. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Über drei. das war zu viel und schlägt eigentlich keine frauen aber es ist eine ausnahme mann mann war jetzt eigentlich leichter als die 36er stufe war das ist ganz schön seh deine aussage und deine regenerative kräfte sind ziemlich verflückt er erinnert mich an die geschichte die ich über majin bu gehört aber es ist also klar dass niemand sie anzeigen kann nein ich kann mich nullkomman nichts regeneratieren hey atlin und freezer kannst du dich gleichzeitig mit uns verbinden wir sollen alle gleichzeitig angreifen das klingt irgendwie ungefähr wie die interessierten zeichnet noch ferns ok gehen wir es an ich drehe die neutralisierungsmaschinen hoch und nur für den fall dass das irgendwie hilft wenn wir flieg haben könnte der neutralisierungs effekt über das limit gehen und eure stärker wieder herrscht wenn es felschlägt verlieren wir noch mehr stärker als zuvor wir müssen einen tödlichen schlag und das regeneriert sich c21 immer wieder sieht aus als könnte das ein versuch wert sein nicht mal ich will solchen einen gefährlichen das wäre dann erklärt ich stelle die energie abgabe auf 200 prozent also macht euch bereit alles in ordnung das ist nicht da geschwindet so gefällt mir dass ich meine kraft ist das versteht sich von selbst ja überlasst es mir und geh mich nicht herum ja anata noch wie kann es ist es ist es ist jetzt ist die wachstärkte zeit Der zweite Mal haben wir dich besiegt. Einmal als Guter und einmal als Böser. Unterlegt haben wir dich. Ist es vorbei? Ja, wir haben es geschafft. Bestandlich, was für ein Parfekt, das Siege, Lord Freezer. Natürlich war er perfekt, dachtest du etwa ich könnte verlieren? Du bist unglaublich, Lord Freezer. Hey, Freezer hat sie nicht allein erledigt. Wir haben sie auch angegriffen. Still, ohne Lord Freezers Jäger hätten wir nichts erreicht. Macht euch nicht lächerlich, mein Eingriff hat ihr ganz klar den Rest gegeben. Nein, heute mein Kamehame hat das geschafft. Kann gar nicht glauben, dass es wirklich mit ihm zusammengearbeitet haben, um zu gewinnen. Ja, aber freuen wir uns doch einfach darüber, dass wir sie besiegen können. Sag es mir, Samoku, hat es wieder geschafft. Selbstverständlich, wenn wir nur meine Stärke zurückbekommen wären. Nun zu dir in der Seele, die in mir stehen. Seit anfangs meiner Zweifel weißt du, endlich hast du gute Ergebnisse. Als Anerkennung für deine ausgezeichnete Arbeit möchte ich dich in meine Armee aufnehmen. Mach ich das glücklich? Oh, natürlich. Wusste ich es doch. Wusste ich es doch. Oh, ho, ho, ho. Nach all dem habe ich diese lässigen Insekten endlich besiegt. Glückwunsch, Lord Freezer. Ich weiß nicht warum, aber anscheinend ist das Ziel, das meine Stärke enthält. Oh, ho, 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 ho. Tatsächlich, ich müsste damit sagen, dass wir endlich freut sind. Wenn die Fistler auf Freezers wiederbleiben und abgeschlossen wird, was für eine Freude da anders ist. An dieser Stelle möchte ich mein Freudehändchen auch für den Ruf zeigen, wie sehr ich... Nein, nein, jetzt. Aber ich stelle einen noch größeren Kampf an, den wir überstehen müssen. Das muss drücken. Das hatte ich mir auch schon gedacht. Hätte meine Zweifel für beide nach all dem einfach stimmelre % verschwinden. So, wo welcher dummen Kopf wieder einfach verschwinden, wenn du gerade zuglaubst und wettest bis sieg zu werden. Ganz genau. Und ich habe ich die Gelegenheit, dir Jahre der Eier... Niedrigung ... Ein zu zeigen. Ah, erländer es auch nie, oder anscheinend wollte ich direkt wieder zurück in die Hölle geschenkt. Dieser Saiyachen, vergiss mit wem du sprichst! Okay Leute, aufgepasst, sie haben schon ihre gesamte Stärke zurückgezogen, was bedeutet, dass ich meine auch zurückerlangen habe. Jetzt kann ich sie endlich selbst besiegt. Solange ihr schlimme Sachen macht, werde ich euch einfach so aufhören, wie es sein muss. Wache auf, ich werde Rache nehmen lassen. Das ein für allemal Weg leisten. Einen Sattel, wie lange du so eigentlich noch in mir bleibt, werde mich von niemandem an meiner Rache hinterlassen, also praktisch, sofort. Da fliegen wir weg. Das ist der Leben, niemand hat uns mehr unterbrechen. Sollen wir anfangen. Ich glaube, wir haben die Story beendet, würde ich mal so behaupten. Yes! Gegnerische Trigger-Story-Story-Abschluss, 60%. Ja klar, weil wir halt einfach nur die Hauptbosse besiegt haben, Kämpfe gewonnen, 39, Kämpfe 40. Ja, was soll ich sagen? Wir haben einmal verloren. Du hast erhalten Titel, Verbindungsmeister, 50.000, den ich verdient. Nice! Aber Leute, die nächste Story steht schon wieder in den Löchern. C21, vielleicht schließen wir jetzt oder spielen wir dann C21, C16, C18 und so. Deswegen schaltet nächstes Mal wieder ein, kommentiert, abonniert, holt einfach euren geilsten Support raus. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen. Deswegen sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao! Bitteschön Bitteschön Bitteschön